Hallo, mein Name ist Jonathan aus dem Physiozentrum in Zürich und ich zeige Ihnen heute zusammen mit der Melissa, wie Sie die Faszie, die Plantarfaszie, selber behandeln können. Wir benutzen dafür die kleine Blackroll oder Faszienrolle. Falls Sie die nicht zur Hand haben, können Sie auch ein Nudelholz oder einen Tennisball oder einen anderen harten Ball nehmen. Die Melissa legt die Rolle jetzt unter ihren Fuß, dosiert selber den Druck, wie viel Druck sie auf die Rolle gibt und rollt dann langsam mit dem Fuß vor und zurück. Das kann mindestens 30 bis 60 Sekunden pro Fuß ausgeführt werden. und mehrmals täglich wiederholt werden.